Unsere Hunde freuen sich, die Tierwelt wird wieder aktiv mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Der Schnee taut und der Frühling hält Einzug. Alles um uns herum erwacht wieder zu leben. Und wir? Wir genießen die Sonne und sind müde. Schätzungsweise 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung überfällt im Frühling ein stark erhöhtes Schlafbedürfnis. Das große Gehen hat einen Namen. Frühjahrsmüdigkeit. Müde, antriebslos. Die Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit sind die wärmeren Temperaturen, die steigen. Blutgefäße stellen sich weit. Das heißt, der Blutdruck sinkt ab. Wir werden müde, schlapp, kommen nicht so schnell in die Gänge. Neben den ansteigenden Temperaturen ist auch die zunehmende Sonnenbestrahlung eine Ursache. Über den trüben Winter hat sich im Körper das Schlafhormon Melatonin angereichert. Der Lichteinfluss im Frühling führt nun zum Abbau des Melatonins und kurbelt die Produktion des Glückshormons Sirotin an. Die rasante Hormonumstellung stresst ähnlich wie ein Jetlag. Aber was kann man dagegen tun? Die Sonne tanken, wenn sie da ist und viel Kaffee trinken. Im Frühling verkaufen wir schon mehr Kaffee. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wenn die Sonne scheint, die Leute einfach aus ihren Häusern kriechen und dann Lust auf einen guten Cappuccino haben. Was hilft neben Kaffee noch? Vielleicht hilft dem ein oder anderen auch ein Eisenpräparat. Ein bisschen zum Ankurbeln, Vitamin D. Ich schwöre auf Vitamin D. Das hilft mir sehr gut. Einfach sich ein bisschen gesünder vielleicht ernähren. Weg von der schweren Kost. Ein bisschen mehr Gemüse, Salate, frischere Sachen. Neben einer gesunden Ernährung sollte man auch darauf achten, nicht mehr zu schlafen als üblich. Damit verlängert man nur die Frühjahrsmüdigkeit. Früh aufstehen und Tageslicht tanken, das beschleunigt die Hormonumstellung. Nach dem Aufstehen eine Wechseldusche? Wechselduschen kosten Überwindung, sind aber die besten Muntermacher. Bewegung im Freien hilft dabei, sich schneller an die steigenden Temperaturen zu gewöhnen. Regelmäßiger Sport hält zudem den Kreislauf fit. Es muss ja nicht gleich der Sprung ins kalte Nass sein.